Volkswagen geht einen sehr konsequenten Schritt nach vorne. Erstens, wir beteiligen uns am Umweltfonds des deutschen Staates. Zweitens, wir rüsten unsere Euro5-Diesel mit neuer Software aus, die deutlich effektiver den Stickstoffausstoß um 25 Prozent reduziert. Drittens, wir bieten eine Umweltprämie in Deutschland an mit bis zu 10.000 Euro beim Kauf eines neuen EU6-Diesels oder Benziner bei Verschrottung eines Euro1 bis Euro4-Diesels. Wir wollen also wirklich einen Umstieg der Technologie in neueste Technologie und als Höhepunkt bieten wir an eine Zukunftsprämie beim Einstieg und Umstieg auf Zukunftstechnologie im E-Bereich, GTE und E. Und damit haben wir wirklich die Chance, schon heute einen großen Schritt für die Zukunft zu ermöglichen.